In Nordrhein-Westfalen sind wir natürlich mit der NRW Live Late Night am heutigen Mittwochabend und ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste. Es wird wieder eine fantastische musikalische Sendung und vor allen Dingen, wenn ich euch verrate, wer nämlich im Studio ist und neben mir steht, Quadro Nuevo sind hier bei uns im Studio. Sie sind die europäische Antwort auf den argentinischen Tango. Schon seit 1996 touren sie einmal komplett, ich glaube sie sind schon komplett über den ganzen Planeten gefahren, und haben unendlich viele Konzerte gespielt, über 3000 insgesamt. Sie sind zweifache Gewinner des Echo Jazz als bester Live-Act und heute bei uns im Studio mit ihrem brandneuen Album Tango. Hier ist es, bei mir in der Hand. Wir werden jetzt den ersten Song hören aus diesem Album. Hier sehen Sie nämlich Quadro Nuevo mit Por Una Cabeza. Und hier sehen Sie die und hier sehen Sie die Musik 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 Vielen Dank.